so guten morgen liebe hobby tourer 7 uhr 50 heute wird ein wunderschöner tag und der chris willi und ich wir fahren in süd schwarzwald ich war erst letzte woche mit meinem bruder im schwarzwald und heute wollen wir noch eine etwas größere tour dranhängen samstag wird sicherlich einiges los sein aber wir haben bock und wie gesagt wir sind früh unterwegs und motiviert heute ist samstag nur an sonn und feiertagen let's go Die Strecke vor dem Mittagessen am Schluchsee war geprägt von schöner Natur, aber naja, der Spaßfaktor war eher so mittelmäßig. Was aber nach dem Mittag kam, war einfach nur hammergeil. Die Strecke vor dem Mittagessen. Die Strecke vor dem Mittagessen. Beim Aussichtspunkt Hohenblauen am Rande des Südschwarzwald haben wir eine kurze Pause eingelegt. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick und man kann den Gleitschirmflieger beim Abheben zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nach über 560 Kilometer und einem 12-Stunden-Trip sind wir alle völlig am Arsch, aber auch sehr glücklich zu Hause wieder angekommen. Solche Touren sind anstrengend, aber geben einem auch unheimlich viel zurück. Bis zum nächsten Mal, immer schön oben bleiben, euer Hobby-Tourer Marc. Untertitelung des ZDF für funk, 2017